Hier hatte ich grad einfach so ein Inventar Warte mal, ich hab die wohl Nein, hab ich nicht. Ich hab ne andere Version davon Im Inventar Egal Das ist grad irgendwie dupliziert Äh Wir wollten das jetzt nicht Wir wollten das jetzt nicht So, äh Waffenlager zerstört Wir brauchen ein Fahrzeug, ne? Muss ich sagen Da ist die Karre So, äh Wo ist das denn auf der Map? Das ist Das ist Da unten Oh, hier riecht's grad nach Feuer Das ist der Nachbar grad am Grillen Ja, ich hab vorhin auch, wo ich draußen war, hab ich auch noch Gehört, oder gehört, genau Gerochen, wie da jemand gegrillt hat Genauso wie Patrick Spongebob, es ist so dunkel, ich kann dich nicht hören Hehehe Hehehe Manche Leute fragen sich jetzt, nö, was meint ihr? Hehehe So, ist es nicht da, wo wir nicht durch können? Offiziell Gesehen Gut, ich kann mir lieber außen rum Meinst du, ist es gut? Ja Ich glaub, es kommt aufs fast gleiche hinaus Abnehm haben wir auch unser Auto in der Nähe Jaaaa Oh, ein kleines Stück Ja, ja No, no Es Shit Hm Weißt du, was ich gerade Okay, jetzt ist es wieder besser Okay Ja Jetzt ist es wieder besser Nee, ist alles wieder gut Ich hab mich nur gewundert Äh, wir sollten aufsteigen Und auch, das wird kaputt Nein, nein, nein Aaaaah So, eine Sekunde mal eben Ich stehe jetzt hier hinten hinter einer Ecke Benutz mein Medikit Ich wollte irgendwas noch machen Genau, ich bin jetzt grad Level Up geworden Ja, jetzt kann ich nochmal skillen, so Wunderbar Nee Nämlich, ich hab mich grad die ganze Zeit gewundert Wo wir in die Map reingekommen sind Ich guck so, ganze Zeit 60 60, 60, 60 Ich so Warte mal einen Moment Ich denk ich so Nehm ich überhaupt noch auf? Ich guck so um die Zahl an Ich so, doch Ich nehm eigentlich auf Dann ich so Ich so, alter ist die Festplatte voll Wie bei Tomb Raider, ne Wo ich da irgendwie so was vercheckt hab, ne Ich denk mir so Nein Eigentlich auch nicht Und dann auf einmal seh ich so Wo äh Wo mehrere Mobs kamen Und dann ich guck's wieder Fraps drosselt wieder auf 30 runter Ich so, ah Zum Glück, ey Daran kann ich erkennen, dass nichts voll ist Sondern, dass es immer noch am Aufnehmen ist Also praktisch eigentlich Ja Aber das war grad echt schön zu sehen Wie das Spiel nochmal an 60 FPS aussieht Hehehehe Aaaaah Wohl 30 und 60 Hm? Der Unterschied ist es Boah, du musst deine scheiß Sprachaktivierung mal das nächste Mal ändern, alter Das ist echt abgefuckt manchmal mit deinem 60 Ja, ich hab das extra gemacht, damit ihr so meine Hintergrundgeräusche nicht hört So, Beweise hab ich gefunden Wir mussten einen, äh, Kasten kaputt machen Ja, ich komm gar nicht zu dir hin, wo du grad bist Irgendwie nicht Bist du hochgekommen? Gibt da jemanden Fahrstuhl oder so den ich verpasst hab? Oben Leute Oder bis auf deiner Seite Ich guck, ich bin jetzt irgendwie da durchgeglitscht durch die Ecke da Ich bin da Ja, schon alles gut hier schon Ja, super Psst Hehehe Eine kurze Ziele über die Rücke Achso Ja, ne, ne Okay Ja, ich bin da hinten durchgekommen Ja, ich bin da hinten durchgekommen Da hat man loskommen ins Westen, ne Da kannst du Jacks Auge Jacks Auge Ich hab gerne Sooo Ja, dann müssen wir da jetzt hin, ne Wollte ich sagen Ja So, dann müssen wir uns ein neues Auto holen, glaub ich Wo, holen wir das Auto? Ich guck mal schnell Oder können wir schnell Reise machen Ne, da vorne kriegt man noch ein Auto Das ist hier auf dieser Map Ey, hier ist auch ein neues Auto Ja Ja Hat gecheckt, wo wir das Äh So Als wir immer los Äh So, das ist ja alles noch in dieser Map Ist ja alles noch kunterbunt Jacks Auge Ich glaub, die letzte große Map Ansonsten gibt's nur noch kleiner, oder was? Ja, ich glaub, wir finden auch nur noch eine Map Ich bin aber nicht sicher, ich will jetzt nichts Was? Da oben müssen wir noch Jack töten und dann gehen wir hier auf dieser Map nach Wasser auf und dann gehen wir nach Fear Haven, würd ich sagen Der ist noch Fear Haven Ach so, hier müssen wir Jack töten One-Ey-Jack Boom 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 Ah, ich muss ausschicken, ich muss ausschicken, ich muss ausschicken Ich muss ausschicken, ich muss auschicken, ich muss ausschicken, ich muss ausschicken, ich muss ausschicken Du siehst den Schläger, ich mach den Low! Jetzt töt' den! So, und Eijack ist jetzt auch wieder dran. Okay, ist das Auto. Scusi, scusi, so. Ey, unser Auto ist noch am Leben! Wenn wir es schaffen hier, den zu töten, ist alles wieder gut. So, ich will jetzt noch jemanden snipen, wo ist hier noch? Ja, auf dem Boden sind so viele Sachen, oh ja. Oh ja, ey, ich hab irgendwas aufgesammelt, was ist das? Warte mal, Eijack. Junge! Das ist ne Pistole. Revolver? Aber was für ne Pistole? Ich weiß noch nicht, warte, guck ich mal. Kann ich ne Revolver, oder? Warte, warte. Warte. Ja, geiles Seil! Revolver, aber einer der abgeht. Was hat der denn für nen Effekt? Äh... Fragen aller Fragen. Ähm, der hat mal zwei Schock oder so ist das. Also ne, das ist irgendwie so eine Explosion. Ne, Explosion ist das. So, Explosion. Außer du willst das Teil natürlich haben. Charmen willst? Hä? Charmen? Ja, eigentlich will ich es haben. Ja, dann wollts. Ich wette... Gleich demnächst gibt's sowieso wieder bessere Waffen, oder? Pff... Ja, wer weiß. Äh, nach New Haven. Äh... Soll ich das machen, oder was? Ne, wir haben noch hier was andere... Äh, na... Ja, im Mittel of Nowhere. Die Katze, also müssen wir mit Helena sprechen. Okay, ja. Äh, wo waren die so eine Station? War das nicht vorhin da, wo wir das Auto refreshed haben? Hier könnt ihr, glaub ich, gleich ne Station. Glaub ich mal. Äh... War das nicht da, wo wir das Auto gerade geholt haben? Hier ist eine. Hier, hier, hier. Ja. Oh, Kax, Kax. Böse Rix. Dotherex. New Haven. So. Reise wird jetzt fortgesetzt in 3, 2, 1 und... Ich hoffe, dein Spiel geht nicht wieder sterben. Ne, diesmal nicht. Ah, wunderbar. Ich hoffe, dein Spiel geht nicht sterben. Ne, es lebt. Gut, gut, gut. So. Helen, kann man was auf jeden Schwarz? So, welche Waffe habe ich eigentlich gebeinert auf rechts? Also rechts ist... Okay, rechts ist die Waffe. Oben ist die Waffe. Unten ist die Waffe. Links ist die Waffe. Jo, wir haben ne geile MG gekriegt, glaub ich. Hä, aber... Ich hab das Gefühl, ich hab irgendeine Waffe ausgetauscht, die ich nicht austauschen sollte eigentlich. Eine, die ziemlich gut ist eigentlich. Ja, wir haben grad ne gute MG gekriegt, die hast du... Hm, warte mal. Wieso renne ich mit der Waffe rum? Verstehe ich nicht. Austauschen. So, warte. Das verkaufen wir nochmal ganz kurz hier. So, hier krieg ich schon... Oh, warte mal. Das ist ein... Ne, das ist nur so ein... Wobei der ist... Oh, warte mal. Das muss ich mal gleich ausprobieren. Das ist auch so mal drei Repeater-viech. So, die Epic-Waffe, die schmeiß ich noch nicht weg. Ja, die schmeiß ich weg. So, wir haben ja echt schon vieles abgegeben. Haben ja auch viele neue Missionen. Nein? Oder? Haben wir jetzt eine neue? Äh, wir haben zwei neue Waffen gekriegt. Räuchte mal ein richtig geiles Schild langsam. Mein Schild ist voll scheiße. Ich weiß nicht, was für ein Schild ich habe gerade. Doch, wow. Wie viel Schild hast denn du gerade? 342. Wie viel? 342. 342? 242. Ich habe doch gesagt 300. 200. 200. Ja. Ah! Boah, siehst du, du musst die Sparaktivierung mal richtig geil machen, ne? Ja. So, also, ähm... Ich habe irgendwie 432. Ja, das ist schon ein bisschen mehr. Ich bin aber auch immer im Ninja looten. So. Ja. Zumindest wenn ich die Möglichkeit dazu habe. So. Äh... Rust Comments West müssen wir. Schau was da hinbauen? So, aber, äh, erstmal möchte ich kurz nach, äh, middle of nowhere. Wollen am schwarzen Brett Mission sein, hab ich. Wer hat dir das denn geflüstert? Claptrap? Ja. Wieso flüstert der mir sowas nicht? Ja, er mag mich halt. Der hat mir das gerade nicht geflüstert, glaube ich. Ja, ich habe ihm letztens geholfen, da. Und du hast ihn einfach stehen lassen. Äh, ich war mit einem knallharten... Irgendwas... Egal. Zugang, da konnte ich mich nicht auf den Claptrap konzentrieren. So. Wieso? Wir sollen am schwarzen Brett nicht geschehen. John? Ja, was kannst du denn da klauen? Oh, ja. Oh, Gott. Jesus Christ. Nein, Chris. Warte mal. Die sind alle in East, East, East. Ja, und West halt noch eine. So, welche soll ich machen? Schrift... Schriftverbrannt. Tagebuch sammeln. Shotgun. Hm. Ist alles sammeln. Ich würde mal sagen... Machen wir Shotgun sammeln, oder? Ja, können wir machen. Guck mal, irgendwie Schwierigkeit ist trivial irgendwie. Das ist irgendwie schon leicht, ne? Ja, weil wir halt... Wenn wir halt die ganzen Nebenquests machen und die Storyline nicht... Die Nebenquests kriegst du halt nur, wenn du auch diesen Bereich schon gesehen hast. Ach so. Weil wir halt Storyline ein bisschen im Nachhinein immer machen. Ist halt so, dass wir dann später erst die Nebenquests kriegen. Weil nur durch Storyline kommst du halt in der Gegend weiter. Ja. so. 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 Dann wollen wir mal. Schauen wir doch mal. Da hinten also. Okay. So. 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 Problem muss sein denke ich zumindest aber dass ihr mit dem Suchen der Spezialgebiet jungen k aber nicht auch kurz hier schon wieder jetzt ist es hier sammeln hier in diesem Gebiet ich habe das Gefühl das Ding ist hier unten oder nicht hier habe ich was ein Ding oder nee oder es wird hier gerade nur im Bereich wieder gemeint oder ja diese Bereiche ich habe ja schon das zweite und jetzt habe ich die vierte wo findest du die denn überall das letzte ist da hinten da drauf wie kommen wir da am besten hoch hoppen und aufsammeln hehehehe hat sich das gelohnt, dass ich wusste, ey nein, will ich hoch will ich hoch du Arschloch hehehehe so, dann würde ich sagen, das nächste machen wir äh, schriftverbrannt äh, schriftverbrannt äh, schriftverbrannt äh, alter Ego das ist alter Ego lodernde Ketzerei das ist da oben, okay komm, steigen sie ein 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 komm doch schon, ey immer die Sitzgegen huiiii da kann ich hochgehen lalala oh, ist der Profi-Fahrer er ist so übergegen crashen oh, ja ja, da, was ist da oben drin ist das auch ein Quiz-Item? das sieht so komisch aus könnte schon sein, ne oh, schriftverbrannt ist das Schriftverbrannt? nein, doch ja doch, in der Tat weil sie hier sein ups also, die wohl auch damit verteilt die Dinger sooo das nächste ist irgendwo hier gleich da unten ist glaube ich eins ich glaube, ich habe das schon gesehen da, ja, da hinten ist es krass, wieso siehst du was so, und dann holen wir gleich das letzte ja, Gott sei Dank sooo du hast die Plitt gefahren wihi das Teil vom Sammeln wird gleich auch wieder fährt über die Map ah, habe ich auch so das Gefühl ey, hätte ich überfahren können, hättest du dir nicht weggekickt wollte den retten ach, so ist das auf der Seite bis zur Saison so, wo muss ich hin? du musst es so sehen, dass Karma, wenn du ihm hilfst, dann hilfst du dir irgendwann ach so, ja, natürlich da, da ist es so, äh so, versteckte Tagebücher kann ich auch schon mal machen und los geht's ach die können wir ja schnell ein bisschen einsammeln machen wir, denke ich auch mach speedy, fahrer, konstant ist so, irgendwo hier ist das gleich oh, warte, warte bleib, bleib da so, könnte es sein vielleicht macht er uns die Tür rund die Brücke runter wär natürlich nett von ihm nichtsdestotrotz, glaub ich ist es da oben? siehst du irgendwas? ich will's grad rausfinden hm Claprap will, dass wir hier irgendwas machen, oder? ja, wo ich das Tagebuch hier finde ok, man kann durch Claprap durchfahren so, wo kriegt man das Tagebuch denn her? es scheint hier zu sein irgendwo wo hier unten? ach hier unter ne Kiste so Kiste war nicht so grün markiert wie so ok so Nächsten oh oh ja ja Tartox Tartox ist grad mit seinen Eltern am reden so wo müssen wir jetzt den Pfannen äh irgendwo hin und wurde dir schon wieder Essen angedreht? ja ja oh ich war grad ich war bis gerade eben noch so glücklich ich denk mir so boah das ist ne Aufnahme wo ich in der Audiospur nichts mehr schneiden muss, weißt du? und dann ich hör von oben nur so was ich denk mir so nein nein dann kommt die runter dann denk ich mir scheiße hm hm ja guck ich hab's schon gefunden ich hab's auch gefunden tschüssi boah BTFs 2800 Damage gemacht, da bist du überfahren so ja so alles gut echt ðSCHEÄHÄHÄH Nürnberg er so voll ist die Kissen unser Prozent wo ist hier hinter der Kiste oder in der Kiste Engelus Super Shoes ich mich am Arsch, du bist so klein äh ich bin tot du bist tot ich auch gerne warte mal okay ich schreibe aus der Hälfte okay hast du selber geholfen so immerhin am besten Platz so hey ich guck's doch voll an macht's Boom ja man lol das ist voll die Stun Dings Pistole oder durch Explosion werden die gestunnt oder kurzzeitig äh dann okay wir können weiter fahren warte mal ich glaub ist auch bei dir ja guck mal die werden gestunnt hunders 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 ja wie auch ergeriert oh tut und stand m m ja eine interne Euro es sei intern weil es irgendwie nur auf einer Stelle passiert ist das ist halt so nö der Westgabe oder die Städte aus der Zeitung er hat er alles gut da war ein Schläger so oben Sörder um es ist und allerdings oder Tagow